So, dann nach angegebenem Anlass kann man, sollte man auch noch erklären, wie man einen amerikanischen Account erstellt, das macht man jetzt geswind und das geht auch ganz leicht. Ihr geht einfach hier oben auf anmelden bzw. registrieren, geht dann auf du wirst jetzt keinen Account ein erstellen, benutze ab 16 Jahre und dann geht ihr hier, also füllt halt alles aus, press Bits-Name, E-Mail-Adresse, Passwort, Passwort bestätigen, Geburtstag, alles eingeben, dann geht ihr auf Land, Region und wählt hier aus USA, Amerika, USA, ähm, Warum mache ich es dann jetzt, äh? Also wer hat das hier auf jeden Fall aus in der List, ich bin grad so dumm, was zu finden und macht das, alternativ, und das wäre das Weitere, wie sowas auch geht und der ist im Nachhinein der klügere, ihr geht auf, ähm, Nintendo.com und sagt .com, boah, es gibt es hier grad eine, Nintendo.com, hey, was ist denn hier los, das raste aus, so, Nintendo.com und er steht nämlich da rüber, ihr geht hier drauf, sein In, komm mal wieder zu der Seite, also das ist egal, ihr müsst einfach hier eben auf Land gehen und hier, ähm, USA auswählen und dann habt ihr einen amerikanischen Account, den ihr dann auf der Sitz einfach nur mit dem Aesop verknüpfen müsst und dann könnt ihr Fortnite eben jetzt schon downloaden. Mehr steckt da eigentlich nicht hinter oder mehr steckt nicht hinter. Ja, probiert es einfach mal aus, wenn ihr wollt.